Muskeln Wir haben über 600 von ihnen. Sie machen zwischen einem Drittel und der Hälfte unseres Körpergewichts aus. Zusammen mit dem Bindegewebe festigen sie den Körper, halten ihn aufrecht und ermöglichen das Bewegen. Ob du Bodybuilding betreibst oder nicht, Muskeln brauchen ständig Aufmerksamkeit. Denn die Art, wie du sie täglich benutzt, entscheidet darüber, ob sie verkümmern oder wachsen. Angenommen, du stehst vor einer Tür und willst sie öffnen. Dein Gehirn und deine Muskeln sind perfekt aufgestellt, um dir dabei zu helfen. Zunächst sendet das Gehirn ein Signal an die Motorneuronen im Arm. Sobald sie diese Nachricht erhalten, bewirken sie ein Zusammenziehen und Entspannen der Muskeln, die an den Knochen ziehen und die Bewegung erzeugen. Je größer die Aufgabe wird, desto mehr Signale sendet das Gehirn aus und desto mehr motorische Einheiten werden mobilisiert. Aber was, wenn die Tür aus massivem Eisen ist? Dann können die armen Muskeln allein nicht genug Zug erzeugen, um die Tür zu öffnen. Also bittet das Gehirn andere Muskeln um Hilfe. Du stellst dich stabil hin, spannst Bauch und Rücken an, sodass du genug Kraft aufbringen kannst, um die Tür aufzureißen. Dein Nervensystem nutzt hierzu verfügbare Ressourcen, nämlich andere Muskeln, um die Aufgabe zu erfüllen. Hierbei werden die Muskelfasern einer anderen Art zellulärer Veränderung ausgesetzt. Unter Belastung erleiden sie mikroskopische Schäden, was in diesem Zusammenhang gut ist. Als Reaktion setzen die verletzten Zellen Entzündungsmoleküle frei, sogenannte Zytokine. Diese aktivieren das Immunsystem, um die Verletzung zu heilen. In diesem Moment geschieht die Magie des Muskelaufbaus. Je größer der Schaden am Muskelgewebe, desto mehr muss sich der Körper selbst reparieren. Dieser Kreislauf aus Schaden und Reparatur kräftigt schließlich die Muskeln, weil sie sich an immer höhere Anforderungen anpassen müssen. Da der Körper an die meisten alltäglichen Aktivitäten gewöhnt ist, ist er für neues Muskelwachstum meist zu wenig Belastung ausgesetzt. Für diesen Prozess namens Hypertrophie müssen die Zellen höherer Arbeitsbelastung ausgesetzt werden als üblich. Sind Muskeln nicht ständig einem gewissen Widerstand ausgesetzt, schrumpfen sie. Das bezeichnet man als Muskelatrophie. Wenn man den Muskel dagegen stark belastet, vor allem während einer Dehnung, auch exzentrische Kontraktion genannt, schafft das gute Bedingungen für neues Wachstum. Doch dazu brauchen Muskeln mehr als nur Aktivität. Ohne richtige Ernährung, Hormone und Ruhe ist der Körper nicht in der Lage, beschädigte Fasern zu reparieren. Eiweiß erhält die Muskelmasse, da es die Bausteine für neues Gewebe in Form von Aminosäuren liefert. Ausreichende Eiweißzufuhr trägt zusammen mit natürlich vorkommenden Hormonen wie dem insulinähnlichen Wachstumsfaktor und Testosteron dazu bei, das Gewebe repariert wird und wächst. Dieser lebenswichtige Reparaturprozess findet vorwiegend beim Ruhen statt, vor allem nachts im Schlaf. Auch Geschlecht und Alter haben hier Einfluss. Daher sind junge Männer mit mehr Testosteron beim Muskelaufbau im Vorteil. Auch genetische Faktoren spielen eine Rolle. Manche Menschen haben eine robustere Immunreaktion auf Muskelschäden und ihre Fasern werden leichter repariert und ersetzt. Das erhöht deren Muskelaufbaupotenzial. Der Körper reagiert also auf Belastungen. Wenn du deine Muskulatur forderst, dich richtig ernährst, dir genug Ruhe gönnst – und das regelmäßig – sind dies gute Voraussetzungen für große, starke Muskeln. Mit den Muskeln ist es wie mit dem Leben. Sinnvolles Wachstum entsteht durch Aktivität und Belastung. Du willst dich auch weiterhin selbst herausfordern? Dann abonniere diesen Kanal, damit du keine Gelegenheit verpasst, etwas Neues zu lernen.